Willkommen Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute tippen wir, leider habe ich es beim ersten Spieltag nicht gemacht, heute tippen wir den zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Und das erste Spiel, Freitag 20.30 Uhr, RB Leipzig gegen VfB Stuttgart. RB Leipzig hat das letzte Spiel am ersten Spieltag sehr peinlich gegen Mainz verloren. Mainz war eigentlich da deutlich die schlechter besetzte Mannschaft. Sie hatten aber schon einige Ausfälle gehabt, die Mainzer. Trotzdem hat man da 1 zu 0 verloren. Obwohl man sagen kann, Mainz hat Kampfgeist gezeigt. Aber trotzdem ist Mainz ein Gegner gegen die RB Leipzig gewinnen muss. VfB ist aktuell Tabellenführer, hat gegen Fürth 5 zu 1 gewonnen. Super Leistung. Klar ist es nur Fürth, aber trotzdem sind die Leistungen nicht wegzureden. Und man kann auch sagen, dass es trotzdem ein Spieler motiviert, eine Mannschaft motiviert, wenn man direkt das erste Spiel 5 zu 1 gewinnt. Und das ist egal, welche Mannschaft es ist. Das ist einfach ein Push für die Mannschaft. Und das könnte VfB Stuttgart vielleicht gegen RB Leipzig mitnehmen. Klar finde ich, dass gegen Mainz nur ein Ausrutscher war. Deswegen denke ich, dass beide Mannschaften sich auf Augenhöhe treffen werden. Ich tippe ein 1 zu 1. Das nächste Spiel ist am Samstag, Konferenz. Essie Freiburg gegen Borussia Dortmund. Ja, Dortmund ein super Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt. Tolle Leistung, 5 zu 2. Weggeklatscht, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass Dortmund sie so hoch wegklatschen werden. Freiburg habe ich jetzt, will Talken, nicht so verfolgt. Ich habe gesehen, sie haben 0 zu 0 gegen Bielefeld gespielt. Finde ich deutlich zu wenig. Ich denke nicht, dass BVB Frankfurt so weghauen wird wie Freiburg, meine ich, wie Frankfurt. Sondern ein bisschen gedämpfter. Deswegen gewinnt Dortmund 1 zu 3. Bochum gegen Mainz ist das nächste Spiel der Konferenz. Mainz hat, obwohl sie viele Ausfälle gegen RB Leipzig hatten, alles gegeben, top motiviert und hat überrascht 1 zu 0 gegen RB Leipzig gewonnen. Bochum hat gegen Wolfsburg verloren, aber in den ersten 5 Minuten eine rote Karte erhalten. Und obwohl sie, ja, ein Mann zu wenig waren, haben sie eigentlich, ja, das gar nicht schlecht gemacht. Also 1 zu 0 mit einem Mann weniger gegen Wolfsburg, gegen eine Mannschaft, die aktuell Champs League spielt, ist gar nicht schlecht. Und ich denke, dass beide Mannschaften teilweise auf Augenhöhe, ja, Augenhöhe antreffen werden. Ich sehe Mainz noch ein bisschen Ticken besser, weil sie aus dem Spiel gekommen sind, wo sie top motiviert waren, wo sie überraschend gewonnen haben. Und ich glaube, das motiviert einen mehr, als jetzt, ja, mit einem Mann weniger gegen Wolfsburg knapp 0 zu 1 zu verlieren. Deswegen sage ich, dass die Mainzer die etwas bessere Mannschaft sind und 1 zu 2 gewinnen werden. Kommen wir zu Hertha Wolfsburg. Ja, wird höchstwahrscheinlich ein sehr uninteressantes Spiel. Machen wir es einfach kurz. Also Marc Verbommel wird das Spiel verbommeln und 0 zu 0 spielen. Mein Tipp. Kommen wir zum nächsten Spiel. Frankfurt gegen Augsburg. Beide Mannschaften haben derbe auf die Fresse bekommen. Augsburg hat gegen Hoffenheim 4 zu 0 verloren. Eintracht Frankfurt hat gegen Dortmund 5 zu 2 verloren. Ich sehe hier trotzdem, es geht ein Ticken besser. Gegen Dortmund kann man so hoch verlieren. Ich glaube, das war einfach nur ein dummer Unfall. Bei Augsburg, meine Meinung, ich habe ein Prognosevideo gesagt, dass sie die Überraschung der Saison werden. Ich hoffe nicht, dass sie es vermasseln werden. Aber, aber, wir sind mal ehrlich, wenn die beiden Spiele nicht, hätte Frankfurt nicht 5 zu 2 gegen Dortmund verloren und Augsburg 4 zu 0 gegen Hoffenheim verloren. Dann wäre für mich trotzdem Eintracht Frankfurt der Favorit im Spiel. Deswegen, meiner Meinung nach, Frankfurt gewinnt das Spiel 1 zu 0. Die beiden Aufsteiger der diesjährigen Saison treffen aufeinander Fürth gegen Arminia Bierfeld. Wie gesagt, beim Spiel VfB gegen Leipzig, habe ich schon erwähnt, Fürth hat derbe auf die Fresse bekommen. 5 zu 1 verloren. Meiner Meinung nach war Fürth sogar anfangs bis zum ersten Gegentor die vielleicht bessere Mannschaft. Danach wurden sie leider überrollt. Für mich ist es keine Niederlage, wo man sich am Kopf fassen muss und sagen muss, das ist absolut peinlich. Für mich sage ich, das kann passieren. Das kann passieren. Trotzdem darf sowas jetzt nicht passieren. Also, ich sage jetzt nicht, ja, 5 zu 1, einfach ignorieren ist egal. Man muss überlegen, was man falsch gemacht hat. Ich finde, Fürth hat immer noch keinen Erstligereifen. Das habe ich schon im Prognose Bundesliga 2021-2022 im Video gesagt. Fürth hat keinen Erstligereifen Kader und ich denke nicht, dass sie da überhaupt was reißen werden. Bielefeld für mich, ja, ich habe Freiburg gegen Arminia Bielefeld gar nicht gesehen. Aber für mich, Arminia Bielefeld, wenn sie 0 zu 0 gegen Freiburg spielen, ist es nicht schlecht. Finde ich gut. Ich sehe hier Bielefeld, bessere Mannschaft, 0 zu 2. So, weiter geht's. Leverkusen gegen Gladbach. Gladbach hat ein super Spiel gegen die Bayern gemacht. Meiner Meinung nach hätte man mindestens 1 Elfmeter bekommen. Klar, wenn man 1 Elfmeter davon nicht pfeift, kann ich verstehen. Einer von denen muss einer sein. Ich kann verstehen, wenn man den nicht gibt. Aber man muss den, man muss wenigstens. Wenn man den Videobeweis schon hat, mindestens zum Monitor hingehen, sich das angucken und dann bewerten. Keine Ahnung, sowas finde ich halt, feiere ich nicht. Wenn man den, wenn man, man kann sagen über den Videobeweis, was man möchte. Aber wenn es den Videobeweis schon gibt, soll man den auch vernünftig benutzen, meiner Meinung nach. Ja, sonst muss ich noch Jan Sommer lobend erwähnen. Super Leistung gezeigt. Trotzdem schlechter Kipp als Castils. Ja, sonst Leverkusen. Ja, das Union-Spiel habe ich mir gar nicht angeguckt. Ich kann mir da keine Meinung bilden. Sie haben, glaube ich, das Ergebnis weiß ich nicht. Aber sie haben unentschieden gegen Union gespielt. Ja, finde ich ein bisschen zu wenig. Kann man so interpretieren, wie man möchte. Was man sagen kann, Gladbach ist hier die bessere Mannschaft. Wird auch meiner Meinung nach 1 zu 2 gewinnen. Ja, 1 zu 2. So, jetzt kommen wir zu den zwei Sonntagsspiele. Das erste Spiel, Hoffenheim gegen Union Berlin. Teschi hat ultra gut gegen Augsburg gespielt. Überraschend, 4 zu 0 Augsburg. Weggeklatscht. Für mich entwickelt sich Hoffenheim vielleicht zur positiven Überraschung der Saison. Also, ich würde mich nicht wundern, wenn die am Ende auf dem internationalen Europapokalplatz landen. Sind wir mal gespannt. Am Ende kann man sagen, es ist nur Augsburg gewesen. Obwohl ich gesagt habe, das Augsburg-Kandidat für vielleicht Mittelfeld-Uder. Ganz, ganz überraschend Europapokalplatz sind. Ja, ob der Tipp kaputt geht. Es ist gerade Anfang der Saison. Ich kann hier schlecht was sagen. Der erste Spieltag ist der meistüberbewerteste Spieltag, den es auf der Welt gibt. Ja, Union Berlin. Wie gesagt, das Leverkusen-Spiel hat mich nicht interessiert. Das habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie gut Union war, wie schlecht Union war. Was ich sagen kann, hier ist nicht Union die bessere Mannschaft, der Favorit. Sondern Hoffenheim ist für mich klar der Favorit. Hoffenheim wird Gewinn 2 zu 0. Dann das nächste Spiel. Bayern München gegen den 1. FC Köln. Lustigerweise, vorhanden wir Köln, hat die höchste Siegquote gegen Bayern München von allen Bundesligisten, die aktuell in der Bundesliga sind. Köln-Super-Spiel gegen Hertha. Modest hat wieder getroffen. Ich weiß nicht, warum er seinen eigenen Trainer mit der Wasserflasche nass gemacht hat. Aber allgemein finde ich Baumgart absolut, absolut super sympathisch. Ich glaube, der könnte Köln wirklich weit bringen. Ich glaube, Köln wird einige Spiele gewinnen, nur durch einen Trainer, die sie eigentlich nicht hätten gewinnen sollen. Und eigentlich nicht den Kader dafür hätten. Aber, aber, muss ich halt sagen, es war Hertha und ich spiele gegen Bayern München. Und ich möchte Köln nicht zu overhypen. Ich will Bayern, die Mannschaft ist Bayern die meist überbewerteste Mannschaft der Welt. Oder die meist unterbewerteste Mannschaft der Welt. Keine Ahnung. Das ist so ein Zwischending. Genauso wie Belgien, die belgische Nationalmannschaft. Und weder ist sie überbewertet oder unterbewertet. Es gibt keinen dazwischen, sondern beides trifft zu. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, es sind die Bayern, ich, wir kennen das, wir kennen das. Ich würde mich nicht wundern, wenn Bayern München 4 zu 0 gegen Köln gewinnen wird. Werden sie auch meiner Meinung. Tipp 4 zu 0. So, das waren alle Spiele. Für die Leute, die sich interessieren, wie würde die Tabelle aussehen, wenn meine Tipps wirklich so passieren werden. Ich sag mal von 1 bis 18, alle mal runter. Auf Platz 1 Hoffenheim, Dortmund, Mainz, Stuttgart. Bayern auf Platz 5. Sechster ist Gladbach. Siebter ist Arminia Bielefeld. Achter ist Wolfsburg. Neunter Frankfurt. Zehnter Köln. Elfter Leipzig. Zwölfter Bayer Leverkusen. 13 Berlin. Hertha Berlin. 14. Union Berlin. 14. ist Freiburg. 16. auf dem Relegationsplatz. Wer Bochum. 17. ist Gräuter. Ich meine, Spielvereinigung führt. Und letzter ist aktuell mit 0 Punkten und 0 Toren und 5 Gegentoren Augsburg. Ja, was ist eure Meinung zum Spieltag, zu meiner Prediction zum Spieltag? Es werden bestimmt jetzt einige sagen, du hast ja keine Ahnung vom Fußball. Ich habe niemals behauptet, dass ich Ahnung vom Fußball habe. Deswegen sagt mal bitte leise und argumentiert mal richtig und schreibt mich gerade, du hast keine Ahnung vom Fußball. Ja, sagt derjenige, der einfach nur irgendeine Scheiße reinschreibt und selbst sich argumentieren kann. Aber die Leute haben meistens selber keine Ahnung. Ja, das war's mit dem Video. Abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal und ciao.